Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Matthias Bast und ich darf Sie herzlich zum Podcast der Fachgruppe UBIT der Wirtschaftskammer Niederösterreich begrüßen. Heute bei uns zu Gast Prof. Dr. Lars Feld, einer der führenden Ökonomen Europas. Er spricht mit neuen Wirtschaftsredakteur Norbert Oberndorfer über die wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie, Inflation – was kommt auf uns zu? Seien Sie gespannt und freuen Sie sich auf den Podcast der UBIT Niederösterreich. Grüß Gott, Herr Lars Feld, herzlich willkommen in Österreich. Sie sind ja schon öfters hier zugegen gewesen und auch ganz prominent in den Medien vor kurzem noch. Sie wären ja beinahe Wahlösterreicher geworden vor kurzem. Das hat dann eben nicht geklappt. Sind Sie im Frieden mit Ihrer Entscheidung, dass Sie eben die Leitung des IAS nicht übernommen haben? Ja, zunächst mal einen wunderschönen guten Tag von meiner Seite. Ich bin mit mir im Frieden. Also es ist immer so, dass dann, wenn ich solche Entscheidungen treffe, dass auch Abstimme innerhalb der Familie, wenn wir das gemeinsam entscheiden, ich am Ende nicht mit Entscheidungen hadere, sondern die, gegeben die Rahmenbedingungen, die zu entscheiden sind, relativ rational treffe. Es ist natürlich schon so, dass das IHS nicht so glücklich ist darüber, dass ich nicht gekommen bin. Das ist mir bewusst, das tut mir leid, aber es ist halt, wie es ist. Sie sind ordoliberaler Ökonom, also von dieser speziellen Schule, Freiburger Schule. Und da habe ich gelesen, Sie verfechten also als ordoliberaler eine marktwirtschaftliche Ordnung, in der ein Staat einen Rahmen für den ökonomischen Wettbewerb und die Freiheit der Bürger auf dem Markt gewährleisten soll. Wie muss sich denn ein Staat, wie Deutschland oder Österreich in einer Pandemie oder Energiekrise ihrer Meinung nach verhalten? Schwierige Frage. Also einerseits muss man wissen, wo dieser Ordoliberalismus herkommt. Er ist ja einerseits eine Abgrenzung zum klassischen Liberalismus des 19. Jahrhunderts, also das laissez-faire. Der Staat macht nichts anderes als Eigentumsordnung zu bestimmen. Vertragsfreiheit und der Rest macht die Wirtschaft selber. Während die Ordoliberalen klar gesagt haben, es gibt eine aktive Rolle des Staates. Also einerseits, um im Wettbewerb, über das Wettbewerbsrecht dafür zu sorgen, dass keine marktbeherrschenden Stellungen entstehen, keine Monopole und Kartelle. Und dann auf der anderen Seite auch darüber hinaus an verschiedenen Stellen einzugreifen, auch sozialpolitisch. So kommt diese Idee der sozialen Marktwirtschaft auf. Und wenn Sie sich anschauen, was das Grundprinzip dabei ist. Das Grundprinzip heißt, Wirtschaftspolitik ist vor allen Dingen regelbasierte Wirtschaftspolitik. Also eine politische Ordnung, die den Rahmen innerhalb dessen wirtschaftlichen Entscheidungen stattfinden, festlegt. Das ist die Grundmaxime, aber die sagt ja noch nichts über das Konkrete aus. In so einer Situation wie der Pandemie ist es besonders schwierig zu sagen, was der Staat da machen soll und was nicht. Es gibt einerseits die Notwendigkeit, dass er dann, wenn er grundlegende Freiheit, und dazu gehört die Gewerbefreiheit einschränkt, den davon Betroffenen auch Kompensationen liefern muss. Das hat man in der Corona-Krise gemacht und sogar so umfassend gemacht, dass man sagen kann, das war schon sehr üppig, mit welchem Umfang man die Ausfälle kompensiert hat. Manchmal gab es Überkompensationen. Also von daher würde man aus ordnungspolitischer Sicht sagen, das ist vom Grundsatz her richtig, dass es eine Kompensation gibt, denn die Gewerbefreiheit kann man nicht einfach so simpel einschränken. Auf der anderen Seite, in welchem Umfang man es tut, da darf man dann schon auch ein bisschen kritischer sein. Das als Beispiel dazu. Im Ukraine-Krieg ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger für Ökonomen, weil es um Außensicherheits- verteidigungspolitische Fragen geht und die sind nicht in der Kernkompetenz von Ökonomen und Ökonominnen. Ich sage an der Stelle immer, Wirtschaftswissenschaft ist eine Friedenswissenschaft. Da geht es, wenn es um Wirtschaft geht, um freiwilligen Tausch zum gegenseitigen Vorteil. Und freiwillig tauscht man auch nur, wenn es zum gegenseitigen Vorteil ist. Das ist in einem Krieg anders. Und deswegen ist die Frage hier eigentlich, was sind die Auswirkungen? Wie reagiert man auf diese Auswirkungen? Und das sollte gemäß ordnungspolitischen Vorstellungen auch durchaus so sein, dass man hier versucht, die Marktordnung nicht umzuwälzen durch Übernahme von Energieträgern, massive Subventionierung im Energiebereich, sondern versucht, die Härten, die hier entstehen, über höhere Preise abzumildern für die besonders Betroffenen. Aber mehr muss es nicht sein. Jetzt hat es in Österreich von zwei Spitzenpolitikern, Ex-Spitzenpolitikern die Aussage gegeben, zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020, koste es, was es wolle. Und diese Aussage wurde jetzt schon ein bisschen revidiert von unserem jetzigen Finanzminister, koste es, was es braucht. Und zwei Jahre später stehen bei uns jetzt in Österreich 42 Milliarden Euro für die Rettung von Jobs und Firmen in der Bilanz. Viel zu viel Geld, sagt Ihr Kollege Sepp Schellern vom Think Tank Agenda Austria. Was sagen Sie dazu? Also ich will mich an der Höhe nicht festmachen, sondern ich glaube schon, dass es an verschiedenen Stellen einfach zu üppige Hilfen gegeben hat und die Rettungsaktivität des Staates auch in Österreich zu weitgehend gewesen ist. Wie viele Milliarden man davon hätte einsparen können, ist eine andere Frage. Also das ist eben der Punkt, an dem ich mich nicht festlegen will. Aber dass man etwas weniger generös hätte sein können, das ist sicherlich der Fall. Und vor allem zeigt sich jetzt auch, dass diese Versicherungsmentalität, Vollkasko-Mentalität, die wir im Zuge der Corona-Krise entwickelt haben, in Österreich, in Deutschland, in anderen Ländern, dass die sich im Zuge des Ukraine-Kriegs so nicht mehr fortsetzen lässt. Die Rahmenbedingungen sind insgesamt andere. Die Inflation ist deutlich nach oben gegangen. Das bedeutet auch, dass wir eine kräftige Zinswende haben auf den Märkten. Und das spürt der Staat eben auch. Und vor diesem Hintergrund wird man auch die Bürgerinnen und Bürger, auch in Österreich, darauf vorbereiten müssen, dass die Situation, die durch den Ukraine-Krieg entsteht, zu Wohlstandsverlusten führt, die nicht vollständig kompensierbar sind. Sie rechnen in Deutschland mit einer Stagflation. Das haben Sie jetzt schon ein bisschen angedeutet. Das heißt, stagnieren das Wirtschaftswachstum bei steigenden Preisen, also immer höheren Inflationen. Das Szenario gilt wahrscheinlich auch für Österreich. Bei uns liegt die Inflation derzeit bei 8,7 Prozent. Manche gehen sogar von einem zweistelligen Rate aus im Herbst. Darüber hinaus. Wie hoch bewerten Sie generell das Risiko einer Rezession und diesen zweistelligen Inflationsraten im Herbst? Also das Risiko der Rezession ist relativ hoch. Wenn man von Stagflation redet, was ja heißt, im Hinblick auf die Wachstumsperformance nur ein stagnatives Umfeld, ist das ja noch eine positive Aussicht für den Rest des Jahres. Also die Rezessionswahrscheinlichkeiten sind in den USA, in Europa insgesamt kräftig gestiegen. Das heißt, es kann auch deutlich schlechter laufen. Oder wie das die Konjunkturforscher in ihrem Sprech typischerweise sagen, die Abwärtsrisiken dominieren jetzt. Das hört sich immer sehr freundlich an, aber das heißt natürlich schon auch, dass Arbeitsplätze bedroht sind und man mit einer viel schlechteren Lage rechnen muss. Und dummerweise trifft das nun zusammen mit hoher Inflation. Und dann kann man auch nicht einfach davon ausgehen, dass in so einer Situation das passieren kann, was wir in Rezessionen sonst haben, das nämlich mit einer expansiven Fiskalpolitik dagegen gehalten wird. Wenn man von Seiten der Fiskalpolitik weiter expansiv ist, dann feuert man in den europäischen Volkswirtschaften die Inflation nur weiter an. Ja, man hält ja die Nachfrage hoch. Die ist sowieso jetzt schon hochgehalten, auch während der Corona-Zeit. Und das Angebot ist restringiert. Das heißt also, es geht in die Preise. Ist ja logisch. Und von daher muss man sich nicht wundern, dass in so einer Situation die Lage für die Betroffenen schwierig ist. EZB-Präsidentin Lagarde hat ja auch gesagt, Sie sind ein bisschen ratlos. Sie haben die, also nicht Sie, sondern die EZB, auch die Inflation ein bisschen unterschätzt, die Auswirkungen. Jetzt in Deutschland, Sie beraten ja Finanzminister Christian Lindner als persönlicher Berater und haben vor kurzem eben ein Ende der Kriegs- und Krisenbudgets der letzten zwei Jahre verkündet. Also 2023 Rückkehr zur Schuldenbremse, ist das sozial verträglich? Na ja, wenn man sich den Ausbau der Transfers in den guten zehn, zwölf Jahren von 2010 bis 2020 anschaut, sehe ich jetzt nicht, dass wir mit diesem Haushalt in einen Sozialabbau hineingehen würden. Die Renten sind dieses Jahr mit Rekordzuschlägen gewachsen. Also davon sozial im Kahlschlag zu reden, geht völlig an der Realität vorbei. Natürlich gibt es auch in verschiedenen Ressourceinsparungen, aber eigentlich bleibt das Budget des Bundes in Deutschland immer noch expansiv. Das muss man sich vor Augen führen. Es sind ja viele Reserven, die eingesetzt werden, die dann jetzt nicht schuldenwirksam sind. Also da muss man das Geld nicht aufnehmen auf dem Kapitalmarkt, weil man eine echte Reserve gebildet hat, noch aus der Migrationskrise stammend. Die wird zum Großteil eingesetzt und entsprechend müssen die Ausgaben auch nicht besonders stark runtergehen. Das heißt, Sie schrauben gar nicht so weit zurück an Subventionen, Zuschüsse oder Förderungen? Das wird alles... Im Gegenteil, es sieht eher so aus, als ob wir bei den Subventionen und den Transfers ja nochmal Zuwächse haben werden. Also einerseits, weil ja bestimmte Härten dieser Energiepreisentwicklung abgefedert werden müssen. Transferempfängerinnen und Transferempfänger haben nicht die Möglichkeit, eine Verdreifachung des Gaspreises in den Nebenkosten zu zahlen. Und dafür muss es eine Anpassung geben in den entsprechenden Transferprogrammen. Das passiert mehr oder weniger automatisch, aber es ist schon auch wichtig, das zu richtigen Zeitpunkten zu machen. Und wir werden auch sehen müssen, wie wir im unteren Lohn- und Einkommensbereich zu einer Kompensation kommen, weil dort ist auch die Möglichkeit, diese höheren Gaspreise zu kompensieren und auf diese Art und Weise über die Zeit, seine Ausgaben zu kletten für die privaten Haushalte sehr, sehr schwierig. Also von daher passiert eher das Gegenteil. Stadttransfers weiter runter, Stadttransfers überhaupt jetzt nach langer Zeit wieder mal etwas zu reduzieren, werden sie kräftiger nach oben gehen. Bei den Subventionen ähnlich. Also wenn man sich jetzt die Diskussion anschaut über die Situation auf den Gasmärkten, was bei dem Großhändler Uniper passiert, da wird eine bestimmte Subventionierung notwendig sein. Wie die dann auch immer genau gestaltet ist, ist eine andere Frage, aber es ist weiterhin so, dass gewisse Hilfen für die Wirtschaft gezahlt werden. Mit Blick auf Europa. Europa befindet sich irgendwie seit im Dauerkrisenmodus. Nach zwei Jahren Pandemie mit Lieferkettenproblemen, Entlassungen, Wirtschaftshilfen eben in Milliardenhöhe, die notwendiger wurden, treibt jetzt der Krieg in der Ukraine, die Politik und auch die Wirtschaft eben ein bisschen vor sich her. Diese Energiekrise, die fundamental ist, der Umbau, der nicht in Richtung Erneuerbare und so, die Energieunabhängigkeit von Russland, das geht irgendwie nicht schnell genug. Und Europa gleichzeitig, also die EU verabschiedet jetzt Sanktionspakete gegen Russland und Putin eben. Ist das schlau? Also dieser Gaslieferstopp, der sich anbannt und die steigenden Preise, spielt das nicht auch Putin? Und irgendwie, ist es nicht ein Schuss ins Knie für Europa? Also ich bin im Hinblick auf ein vollständiges Energieembargo immer ein bisschen zurückhaltender gewesen als manche meiner Kolleginnen und Kollegen. Denn wenn man ein Minus von fünf Prozent bei der Wirtschaftskraft durch ein solches Energieembargo hätte, das sind die Berechnungen für Deutschland, es gibt eine große Bandbreite der Berechnungen, es könnte noch viel schlimmer kommen, dann ist man schon in einer Situation, in der man den Leuten sagen muss, wir sind noch nicht mal auf dem Niveau von 2019 mit unserem Bruttoinlandsprodukt, wir sind noch nicht wieder zurück auf die Situation vor der Corona-Pandemie und jetzt müsst ihr noch mal zusätzliche Einkommenseinbußen hinnehmen. Und das mit Strukturveränderungen, die grundlegend sein könnten für bestimmte Industrien. Das muss man sich vor Augen führen. Also insofern, ich halte die Sanktionen für absolut richtig, aber sie müssen nicht so weit gehen, dass man sich wirklich ins Knie schießt. Etwa mit einem Gasembargo. Auf der anderen Seite ist das so, dass uns Putin jederzeit den Gashahn abdrehen kann. Und zwar vollständig. Er hat ja schon die Lieferungen gedrosselt auf nur noch 40 Prozent des vorherigen Umfangs. Zumindest im deutschen Fall ist das so. Im Falle Polens gibt es ja sogar ein vollständiges Abschalten der Gaslieferungen. Und darauf muss man vorbereitet sein. Wenn das nun kommt, Stichtag wird der 21. Juli sein. Das wird also jetzt schnell gehen. Dann werden wir sehen, ob die turnusmäßige Wartung von Nord Stream 1 danach wieder zu Gaslieferungen kommt oder ob das nicht sein wird. Wenn die Gaslieferungen ausbleiben, dann werden wir größere Schwierigkeiten haben. Das wird sich natürlich für Österreich am Ende noch ein bisschen stärker auswirken. Denn Deutschland hat seine Abhängigkeit von den russischen Gaslieferungen, die bei 55 Prozent des gesamten Gasverbrauchs lag, auf etwa 30 Prozent zurückgeführt, während Österreich zu über 80 Prozent von den russischen Gaslieferungen abhängig war und die Rückführung bisher noch nicht so weit gekommen ist. Also die Probleme könnten dann hierzulande noch etwas größer werden. Man muss schon auch sehen, wenn wir über die Erneuerbaren reden, das hört sich mal schön an, aber erneuerbare Energien werden im Moment in Deutschland zu fast der Hälfte für die Stromerzeugung genutzt. Die Stromerzeugung macht aber in der Gesamtenergiebilanz nur etwa ein Viertel aus. Das heißt also, wir können etwa 12, 12,5 Prozent der Gesamtenergiebilanz mit Erneuerbaren versorgen, aber den Rest nicht. Zu meinen, dass man das innerhalb kurzer Zeit mit Erneuerbaren erledigen könnte, ist eine absolute Illusion. Das setzt ja Deutschland auch in Zukunft auf Wasserstoff und auch auf andere Importe, aber der Tenor ist ja, man bleibt importabhängig halt nicht mehr von Gas und Russland, sondern halt Wasserstoff aus Saudi-Arabien oder Australien oder sonst woher. Ja, Wasserstoff ist natürlich eine Technologie, die hier einiges liefern kann, aber bis es in nennenswertem Umfang auch grüner Wasserstoff sein wird, wird noch eine Weile dauern. Das geht nicht so schnell. Und das kann in dieser Übergangsphase auch nicht heißen, dass wir dann nur auf Wasserstoff setzen, weil das jetzt der große neue Hype ist, sondern wir werden auf Gaslieferungen aus anderen Ländern setzen müssen, allerdings dann zu höheren Preisen. Das heißt, auch jenseits der jetzt starken Preissteigerungen wird Energie deutlich teurer bleiben in Deutschland. Dass wir Energieimporteur sind, ändert ja im Vergleich zum Status quo und auch zum Status quo ante, also zur Situation vor dem Ukraine-Krieg, nicht so viel. Wir sind halt Energieimporteur. Ich finde nur, dass wir da ein bisschen ehrlicher in unserer Diskussion sein müssen. Ich habe wenig Verständnis dafür, dass wir beispielsweise die noch verbleibenden Atomkraftwerke jetzt nicht weiter betreiben, wenigstens für eine Übergangszeit, um hier nochmal eine Erleichterung zu haben in so einer schwierigen Situation und dann lieber aus ideologischen Gründen höhere Preise hinnehmen für die Bevölkerung. Das ist meines Erachtens nicht akzeptabel. Also lieber die Ideologie weglassen und rational handeln? Rational pragmatisch. Also ich bin kein Freund der Atomenergie, darum geht es nicht. Es geht mir auch nicht darum, der Energiewirtschaft hier irgendwie große Gewinne zukommen zu lassen. Und mir ist bewusst, dass wir das Endlagerproblem auf keinen Fall gelöst haben. Deswegen ja auch, wenn wir volkswirtschaftliche Kosten anschauen, müssten wir ja genau das mit reinnehmen. Also die externen Effekte, die beispielsweise wegen einer Endlagerproblematik auftreten können. Nur in der Lage, in der wir jetzt drin sind, muss man halt pragmatisch handeln. Und da fehlt mir an manchen Stellen bei aller Anerkennung der Beweglichkeit der Bundesregierung in Deutschland noch ein Stückchen Pragmatismus in diese Richtung. Stichwort Gaskrise, Energiekrise, die vor allem einkommensschwache jetzt schon trifft oder die Teuerung generell, die sich ja durch alle Branchen zieht. Als ehemaliger Vorsitzender der Wirtschaftsweisen haben Sie mal, habe ich gesehen, den Sager quasi getätigt, es darf kein Freibier für alle geben. Also das war im Rahmen der Corona-Konjunkturpaketverhandlungen, glaube ich, in Deutschland. Das heißt, Sie sind kein Freund von Konsumgutscheinen und Einmalzahlungen, die weder private noch Firmen zum Investieren anregen. Also das heißt, jeder bezahlte Euro, der von der öffentlichen Hand kommt, vom Staat, muss sich auch rentieren, sozusagen. Wenn man jetzt in das jetzige Umfeld, in das schwierige Umfeld reinschaut, welche Bereiche und Branchen oder Projekte sind denn förderwürdig? Wo würden Sie jetzt investieren, was ist auspuffigend? Wo muss man jetzt viel Geld reinbuttern? Das ist eine gute Frage, auf die ich nicht gerne richtig antworte, weil ich bin nicht vermessen und behaupte zu wissen, was die richtige Branche ist, zu investieren. Wenn wir überlegen, was wir für Corona alles an Branchen ausgelobt haben in der industriepolitischen Wende, die in Deutschland und anderswo in Europa stattgefunden hat, dann war der Hype in Richtung erneuerbare Klimaschutz, Digitalisierung und dann kam lange nichts. Das waren die zwei wichtigsten Bereiche. Da gab es natürlich auch, Klimaschutz waren solche Sachen wie Brennzellenherstellung und ähnliches. Mit Corona kam dann noch das Thema Halbleiter auf. Wenigstens hat man mit der kurzfristigen Verknappung von Maskenproduktion nicht gemeint, man müsse auch noch in diese nicht gerade sophistizierte Technologie einspringen. Und was wir dann festgestellt haben, war die wichtigste Innovation, die wir in dem Jahr 2020, 2021 gehabt haben, war die Impfstoffproduktion. An Big Pharma hat eigentlich in der ganzen Zeit niemand gedacht. Das ist immer nur in allen Diskussionen verteufelt worden. Noch schlimmer, die Gentechnologie war grundsätzlich des Teufels. Was haben wir mit mRNA? Wir haben eine Gentechnologie, die uns einen Impfstoff produziert hat, der wesentlichen Fortschritt gebracht hat. Und zu meinen, ich könnte jetzt im nächsten Schritt sagen, das ist die Technologie, die laufen wird. Das halte ich für vermessen. Also ich finde, wir haben in bestimmten Bereichen Rückstände, aber auf der anderen Seite muss man Rahmenbedingungen so setzen, dass Innovation stattfindet. Dass also diejenigen, die gute Ideen haben, auch einen Anreiz sehen, die Ideen umzusetzen und damit ordentliche Gewinne zu realisieren. Darauf kommt es an. Und dann wird man auch in eine gute Wirtschaftsentwicklung kommen. Ihr Kollege, nochmal zu diesem, die Regierung hat ja, die österreichische Regierung hat ein Antiteuerungspaket jetzt erlassen mit Einmalzahlungen, Erhöhung des Familienbonus und die Kritik daran von einigen, auch Ihrem Kollegen, Gabriel Felbermayr vom WIFO-Institut, dass das halt ein bisschen Richtung Gießkannen Prinzip geht, also nicht sehr sozial treffsicher ist. Was hätte man da anders machen können? Ja, man hätte die Transfers stärker auf die Bedürftigen konzentrieren können und sozusagen ein bisschen Pulver trocken halten für das, was noch alles auf uns zukommt. Das betrifft ja immer die Transferempfänger und Empfängerinnen, die relativ schnell in den Transferprogrammen auch eine Verbesserung bekommen können. Aber es geht eben auch um die Bezieher niedrigerer Einkommen. Jetzt stellt Österreich allerdings ja auch eine Orientierung der Einkommensteuer auf Kompensation der kalten Progression um, die auch mit einer gewissen Diskretionalität für die Regierung verbunden ist. Das heißt, es gibt jetzt keinen Automatismus, keinen Tarif auf Rädern, der da immer wieder diskutiert wird, sondern es wird entschieden, einerseits wie viel von der kalten Progression zurückgegeben wird und wie man sie zurückgibt. Das heißt, man kann hier auch sozialverträglich zurückgeben, in dem Sinne, dass die Personen mit niedrigem Einkommen, die schlechte Möglichkeiten haben, die höheren Energiepreise zu verkraften, deutlich mehr an Rückgabe der kalten Progression haben. Das sind Möglichkeiten, mit denen man operieren kann. Ich bin ein bisschen skeptischer bei solchen Dingen, die letztlich ja Energiepreissubventionen sind, weil die nicht sehr weit führen. Ich bin dann froh, wenn es nur temporär ist und habe auch manches Verständnis für das Politische, aber wenn man permanent mit Gießkannen unterwegs ist, dann ist irgendwann das Wasser aus. Es wird ja auch in Deutschland, habe ich gelesen, eine Übergewinnsteuer diskutiert. Da sind Sie wahrscheinlich gar nicht happy damit, oder? Nein. Also in Österreich gab ja der Verbund dann eine Sonderdividende aus, aber diese Windfall Profits, was soll man mit denen machen? Oder was ist das des Teufels oder so? Windfall Profits sind ja ein schönes theoretisches Konstrukt, aber in der Realität festzustellen, was ein Windfall Profit ist, ist schon ungeheuer schwierig. Wir reden ja von Windfall Profits, wenn sogenannte Marktlagengewinne entstehen. Die können entstehen, weil man eine besondere Situation hat, also einen Schock von außen, der plötzlich eine günstige Gewinnsituation bringt, wie jetzt beispielsweise der Ukraine-Krieg. Sie können auch entstehen aufgrund fehlenden Wettbewerbs, aber dann ist der Schritt, der von staatlicher Seite kommen muss, zu schauen, ist da ein Wettbewerbsproblem und wenn eines da ist, dann muss man das Wettbewerbsproblem beheben und nicht hingehen und dann mit steuerlichen Instrumenten irgendwas versuchen. Denn so leicht lassen sich die Übergewinne ja nicht festlegen. Ich habe eben das Beispiel Impfstoffproduktion genannt. Wir können ja glücklich sein, dass wir in Deutschland mit BioNTech ein Unternehmen haben, das Impfstoffe produziert und das überhaupt noch am Markt ist, weil über Jahre, über viele Jahre Verluste eingefahren worden sind, die private Investoren immer wieder kompensiert haben mit weiteren Beteiligungen an dem Unternehmen. Dass dann endlich mal Gewinne kommen, ist eigentlich für die Investoren genau das richtige Zeichen. Dann weiß ich, dass meine Innovation erfolgreich war und dass es sich lohnt, Innovationen zu betreiben. Natürlich ist das vorübergehend auch ein Marktlagengewinn, weil der Impfstoff wird produziert, also wirksamer Impfstoff wird produziert von Moderna und BioNTech, aber nicht von vielen anderen. Der chinesische Impfstoff funktioniert beispielsweise nicht gut. Und dann hat man natürlich eine günstigere Situation für eine bestimmte Zeit und das ist dann irgendwann auch wieder vorbei. Also hier jetzt zu sagen, die hatten einen Übergewinn, den schöpfen wir ab, ist kontraproduktiv. Dann wird man auf Dauer Innovationsprozesse schädigen und sollte das nicht tun. Also das ist für mich völlig klar, dass es falsch ist, mit einer solchen Übergewinnsteuer ranzugehen. Wenn es ein Wettbewerbsproblem gibt, macht das die Wettbewerbspolitik und die hat sehr gute Möglichkeiten hier auch, wenn eine Absprache da ist oder eine Kartellsituation entsteht, einzuschreiten und auch entsprechende Strafen zu verhängen. Weil Sie die Impfstoffentwicklung ansprechen, das ist ja ein Hochrisikofeld für die Pharmakonzerne und da gab es aber aus der Not heraus natürlich mit Corona auch vieles öffentliche Geld, was da reingeflossen ist, also Millionen. Das ist okay. Also da sind ja glaube ich einige hundert Millionen an Unterstützungsgelder auch an BioNTech und Co. geflossen, oder? Da muss man sich die Zahlen wirklich genau anschauen, was da passiert ist und wann der Staat eingeschritten ist. Der Staat hat ganz am Anfang, als die Forschungsförderung lief und BioNTech auch als Ausgründung aus einem Sonderforschungsbereich der Universität Mainz zustande kam, diese Anschubfinanzierung auf der Forschungsseite gemacht. Also Mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft sind da reingeflossen. Er hat dann aber die ganze Zeit, die BioNTech gearbeitet hat, keinen Cent mehr gezahlt. Also das Unternehmen wäre ohne die privaten Investoren, die Brüder Strüngmann, die hier massiv investiert haben, nicht mehr am Markt. Ähnliches gilt für CureVac, wo Herr Hopp entsprechend investiert hat. Also ohne diese Venture Capitalists über viele Jahre mit hohen Verlusten wäre das Unternehmen nicht mehr existent. Die zusätzlichen Summen sind am Schluss gekommen, damit die Skalierung zustande kommt. Damit es also gelingt, einerseits in Kooperation mit Pfizer und andererseits mit neuen Produktionsstätten möglichst schnell möglichst viel zu produzieren. Das ist, wenn der Staat ganz viel davon haben will, in Ordnung. Aber es hat nichts damit zu tun, dass das Unternehmen dann tatsächlich den Impfstoff produziert hat, den Impfstoff erfunden hat und über diese Innovation einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Da war der Staat nur minimal beteiligt, ganz am Anfang bei der Grundlagenforschung. Und das ist wiederum ein wesentliches Element, wenn wir mit Industriepolitik diskutieren. Da hat er sicherlich eine wesentliche Aufgabe, bei der Grundlagenforschung mit seinen Mitteln ordentlich zu arbeiten und hier auch möglichst technologieneutral viel zu erreichen. Jetzt gibt es in Niederösterreich oder generell Regionalpolitiker, Liebäugeln seit Corona mit einem gewissen Protektionismus. Das heißt, einerseits bestätigt durch einen Regionalitätsboom, weil eben der Konsum halt beschränkt war und das Angebot vielleicht auch. Aber das flaut jetzt schon wieder ein bisschen ab in dem hohen Inflationsumfeld. Die Regionalität, die Bückware in den Supermärkten wird wieder attraktiver oder Leute greifen wieder zurück auf diese Bückware. Ist die Globalisierung tot oder wie viel Regionalismus tut uns denn gut? Also ich bin immer sehr skeptisch bei dieser Argumentation des Regionalismus. Ich glaube, man muss das immer auch wirklich zu Ende rechnen, auch im Hinblick auf die Klimabilanz oder die Umweltbilanz, was das eigentlich bedeutet. Und so schlecht schneiden dann die globalisierten Wertschöpfungsketten nicht ab im Vergleich zu den lokalen, auch nicht im Hinblick auf landwirtschaftliche Produkte. Ob die Globalisierung tot ist oder nicht, zumindest ist sie eingeschränkt, aber das hat andere Gründe. Das hat sehr stark auch zu tun mit den außenpolitischen Rahmenbedingungen, die wir haben. Man muss ja feststellen, wenn Russland aufgrund der Sanktionen ein Stück weit aus der internationalen Arbeitsteilung ausgeklinkt ist, vielleicht irgendwann vollständig ausgeklinkt ist, so darauf zielen ja die Sanktionen ab, dann ist das ein Element der Deglobalisierung, ganz eindeutig. Also die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und dem Westen werden minimal sein. Und das auf absehbare Zeit. Das gilt auch für die Verbündeten Russlands und es gilt vielleicht auch ein Stück weit für China, das ja auch ein bisschen versucht, da noch freundschaftlich mit Russland Handel treiben zu können und zusammenarbeiten zu können. Und vor dem Hintergrund haben wir natürlich von der Außenpolitik her eine schwierigere Lage. Schon vor dem Ukraine-Krieg war die Situation ähnlich. Also vor dem Ukraine-Krieg hatten wir in dem Konflikt zwischen den USA und China schon die Situation, dass es deutlich mehr Protektionismus gegeben hat. Und das zeigt sich im Grunde seit der Finanzkrise. Wenn man zurückgeht und sich den Trend anschaut, haben wir seit der Finanzkrise eine Zunahme von protektionistischen Maßnahmen. Und insofern wird Globalisierung zurückgedrängt. Ich finde nicht, dass man schon vom Tod der Globalisierung reden sollte. Denn jetzt das, was es hier an Ausfall gibt des internationalen Handels, zu kompensieren durch Handel mit anderen Staaten, ist ja ein richtiger Ansatz. Und auf diese Art und Weise lässt sich dann doch nochmal die Einkommenssituation sichern. Also eher Globalization ist ja auch ein Ausdruck, das heißt nicht mehr in dem Ausmaß. Ich meine, die Regionalpolitiker argumentieren ja oft mit der Versorgungssicherheit. Wenn man dann die Szenen gehabt hat, Masken, die aus der Türkei nicht nach Österreich kommen oder irgendwelche LKWs aus Deutschland rein, nicht mehr, dann wirft das Sorgenfalten ins Gesicht nicht nur von Politikern, sondern ist ja generell der Handel oder der Freihandel irgendwie bedroht. Also nicht nur die Schengen, das sind dann auch so Sachen. Das ist dann alles ausgesetzt, die Solidarität hat dann seine Grenzen irgendwie. Naja, aber das ist natürlich so eine typische Reaktion, dass man einfach versucht, sich auf das Kleine zu beschränken, wenn alles so kompliziert ist. Man muss halt sagen, das bringt nicht mehr Versorgungssicherheit. Wenn ich alles im eigenen Land produzieren wollte, dann habe ich nicht nur massive Einkommensverluste, sondern sobald dort ein Schock auftritt, trifft er mich ja dann in der ganzen Breite der Produktpaletten. Das ist einfach zu kurz gesprungen, zu kurz gedacht. Im Grunde ist das, was wir aus Corona lernen, dass Unternehmen in stärkerem Maße Diversifikation betreiben müssen, als sie es früher gemacht haben. Früher war in der großen Euphorie über die Globalisierung auch für das ein oder andere Unternehmen ausreichend, wenn man Produkte, Zwischenprodukte von einem Lieferanten bekommen hat. Da waren Skalenvorteile realisiert, aber dann hat man es besonders günstig gekriegt. Das lässt sich halt nicht mehr so ohne weiteres realisieren, weil man auch jenseits der außenpolitischen Probleme, vor denen wir jetzt stehen, die Klimapolitik mit in den Blick nehmen muss. Klimawende ist ein wichtiges Thema, aber die Erderwärmung sorgt ja auch dann, wenn sie auf 1,5 Grad beschränkt werden kann für mehr Extremwetterereignisse. Und das bedeutet zugleich auch, dass diese Extremwetterereignisse wirtschaftliche Auswirkungen haben und Produktionsausfälle produzieren können. Das muss bei den Unternehmen dafür sorgen, dass sie mehr Diversifikation betreiben. Und deswegen bin ich auch zurückhaltend, definieren zu wollen, was sind denn essentielle Produkte, die in Europa produziert werden sollten. Und das vielleicht auch noch mit staatlichen Eingriffen in irgendeiner Weise zu betreiben. Also entweder indem man Vorschriften macht oder indem man Anreize setzt über Subventionen. Ich wäre da viel zurückhaltender. Ich glaube schon auch, dass die Unternehmen das von alleine machen, was notwendig ist und die Subventionen gerne mitnehmen. Und was heißt dann konkret, Unternehmer müssen sich diverser aufstehen? Was meinen Sie damit? Dass sie Lieferanten in unterschiedlichen Gegenden der Erde haben, die sicherstellen, dass dann, wenn einer von diesen unterschiedlichen Lieferanten ausfällt, die anderen einspringen können. Also es ist schon schwer zu ertragen, wenn wir für die Produktion von Europaletten vor allen Dingen Nägel aus der Ukraine beziehen. Ein Produkt, das jetzt nicht besonders sophistiziert ist in der Herstellung, dann nicht geliefert werden und damit die Logistik gehemmt wird. Also das heißt, da muss man schon auch als Unternehmer, wenn man weiter Europaletten haben will, auch Nägel von woanders herkriegen. Zum Globalen nochmal, Regionalpolitiker, Amazon, Zalando und Co. sind jetzt auch keine guten Freunde von, also gelten auch als Feinbild für die regionale Wertschöpfung. Jetzt habe ich erfahren, dass auf Amazon allein in Österreich 2000 KMUs ihre Waren online vertreiben und wahrscheinlich ganz glücklich sind damit. Dennoch gibt es also Klagelieder, nicht nur auch aus dem stationären Handeln. Ist jetzt diese Mindestbesteuerung von 15 Prozent, die die EU-Kommission plant, für multinationale Konzerne genug oder braucht es noch etwas anderes? Oder müssen wir einfach wettbewerbsfähiger werden und Amazon kopieren geht sowieso nicht, aber braucht es hier mehr Innovationskraft? Naja, also es gibt ja einen deutschen Liedermacher aus München, der in den 70er Jahren einen schönen Song geschrieben hat, Genug ist nie genug. Und für diejenigen, die immer höhere Steuern wollen und immer mehr Staat und immer mehr Ausgaben, sind 15 Prozent Mindeststeuer natürlich nicht genug. Man wird aber nicht entscheiden können, aus wissenschaftlicher Sicht, was richtig ist und was nicht. Die 15 Prozent ergeben sich daraus, dass die USA schon vor den Einigungen im OECD-Rahmen, nämlich mit der Steuerreform von Donald Trump, dem Tax Cuts and Jobs Act, eine Mindeststeuer von 15 Prozent eingeführt haben. Das heißt, für die Amerikaner ist es dann einfach gewesen, dem OECD-Kompromiss zuzustimmen. Wenigstens in dieser Dimension, nicht in der zweiten Dimension, dass wir auch eine Veränderung der Allokation von Gewinnen haben, in Abhängigkeit davon, wo die Umsätze gemacht werden. Also es gibt ja überall die Umsatzsteuer, aber jenseits dessen sollten eben auch Gewinne dann mit stärkerer Umsatzorientierung verteilt werden. Das betrifft ja die amerikanischen Digitalkonzerne stark. Also ob das dann nachher an den USA zustande kommt, ist noch fraglich. Wenigstens die Mindeststeuer ist ja dort schon eingeführt. Und damit bleibt man trotzdem in den Prinzipien der internationalen Besteuerung, wonach das Unternehmen auch als Konzern dort besteuert wird, wo es als Muttergesellschaft seinen Sitz hat. Mit 15 Prozent Mindeststeuer wird sichergestellt, dass die Digitalkonzerne in den USA dort, wo sie ihren Konzernsitz haben, eben auch Steuern bezahlen und sich nicht davonstehen können über Steueroasen und eine spezielle Konstruktion, die über die Niederlande und Bermuda gelaufen ist. Das wird verhindert. Aber da sind wir jetzt schon sehr in den Details der internationalen Besteuerung. Letztlich finde ich die Diskussion in der Öffentlichkeit immer ein bisschen zu kurz gesprungen, weil die sehr schnell in Richtung Verteilungsargumente geht, Gerechtigkeitsfragen und ähnliches. Wenn mich einfach interessiert, gibt es hier ein Schlupfloch, das dafür sorgt, dass Unternehmen eine Nullbesteuerung bekommen. Die wollen wir nicht. Wir wollen also keine weißen Einkommen, die durchgehen. Wir wollen aber auch nicht eine Besteuerung, die viel zu hoch wird und dann irgendwann nicht mehr die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt und nicht mehr dazu führt, dass ordentlich investiert wird. Da spielen dann typischerweise diese Steuerschlupflöche eine besondere Rolle. Meine Erfahrung mit Steuerwettbewerb über die Jahre, das war mein Dissertationsthema im Jahr 1999, also ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt. Meine Erfahrung ist die, dass es so ein Hase-und-Igel-Spiel ist. Also sobald an einer Stelle der Staat ein Steuerschlupfloch schließt, entsteht es an anderer Stelle nochmal. Oder die Unternehmen finden dann in ihrer besonderen Findigkeit nochmal neue Möglichkeiten. Und so läuft man dann permanent hintereinander her. Weil der E-Commerce ist ja ein Riesenwachstumsmarkt. Da werden allein in Österreich Milliarden schwer und da bleibt halt dann wenig hängen in Österreich. Weil Gewinnsteuer, das gibt es ja nicht in dem Fall. Ja, der Punkt ist schon auch der, das hätten wir ja mit anderen Unternehmen auch nicht. Je nachdem, welche Möglichkeiten der Konzern hat, die Gewinne dann vor allen Dingen bei der Muttergesellschaft anfallen zu lassen. Also das haben sie bei anderen Unternehmen ähnlich. Das ist ja auch eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass man an bestimmten Standorten dann weniger Gewinnsteuer zahlt. Aber die Umsatzsteuer wird ja abgeführt. Das ist ja letztlich so, dass die Produkte, die darüber gehandelt werden, ja im Wesentlichen umsatzbesteuert sind. Und also der Staat, auch der Österreicher in diesem Fall, nicht gar keine Steuern einnimmt. Stichwort Aufrüstung. Nicht nur in Deutschland, 100 Milliarden Euro Sonderfonds soll die deutsche Bundeswehr aufgerüstet werden. In Österreich, glaube ich, wird ein Zehntel davon diskutiert. Das ist noch nichts fix. Der Krieg in der Ukraine lässt eben die Landesverteidigungsetats wieder in die Höhe schnallen. Eben wird die Aufrüstung wieder zum Wirtschaftsstimulus. Oder wie wirkt sich das aus, diese 100 Milliarden? Ja, das werden wir noch sehen. Also man muss ja einerseits sagen, das ist ein Sondervermögen, das jetzt nicht unmittelbar das Geld ausgibt, sondern das sind ja in der Konstruktion Kreditermächtigungen vom Kernhaushalt des Bundes auf dieses Sondervermögen verschoben worden. Also insofern schlägt sich das in der Schuldenquote dieses Jahr für den Bund nieder. Aber kommt nicht unbedingt gleich am Markt an in Form von Ausgaben. Also bis dann nachher diese Mittel ausgegeben sind, vergeht noch eine Weile. Und das ist auch mit ein Grund für diese Konstruktion, damit man über das Sondervermögen wirklich auch sicher die Mittel in den nächsten Jahren für die Aufrüstung einsetzen kann. Das ist also zum Verständnis, was so ein Sondervermögen macht, im deutschen Kontext ganz wichtig. Meines Erachtens ist es schon vor dem Hintergrund der veränderten Rahmenbedingungen, der außenpolitischen Rahmenbedingungen notwendig, eine entsprechende Aufrüstung zu betreiben. Da wird man nicht daran vorbeikommen. Und das bedeutet auch eine entsprechende Modernisierung, auch technische Modernisierung der Bundeswehr in Deutschland. Und andere Mitgliedstaaten der EU ziehen mit. Österreich natürlich weniger, auch angesichts der Neutralität. Die Schweiz auch weniger angesichts der Neutralität. Aber auch früher neutrale Staaten sind ja nun mittlerweile der NATO beigetreten, weil sie diese Bedrohung Russlands stärker sehen als früher. Und das bedeutet, dass wir natürlich im militärischen Bereich deutlich mehr Ausgaben sehen werden, dass es dadurch einen Stimulus gibt für die Rüstungsindustrie. Und die Länder, die in der Rüstungsindustrie in den vergangenen Jahrzehnten immer stark geblieben sind, werden davon besonders profitieren. Das wird viel, viel stärker die USA sein, als es in Europa der Fall sein wird. Also ein Resultat dieser veränderten außenpolitischen Situation ist eine Stärkung der amerikanischen Wirtschaft dadurch, dass eben auch Rüstungsgüter aus den USA gekauft werden. Ein Aspekt, den wir in der Öffentlichkeit wenig diskutiert sehen. Es gibt eine enge Verbindung zwischen Rüstungskomplex, Sicherheitskomplex auf der einen Seite und dem Thema künstlicher Intelligenz auf der anderen Seite. Die Staaten, die mit ihren Patenten seit vielen Jahren führend sind in den Bereichen Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, auch solche, die aufgeholt haben, sind Staaten, die relativ stark diese Verbindung zwischen Militär, Sicherheitsbehörden und der künstlichen Intelligenz haben. Das gilt für die USA, das gilt für China, das gilt für Südkorea, das gilt für Israel. Und das ist natürlich schon auch ein Aspekt, bei dem man sich überlegen muss, ob es nicht doch gelingen kann, die Mittel, die jetzt zur Verfügung stehen, in dieser Kombination einzusetzen und damit auch später zivile Nutzungen zu erhalten, die es uns ermöglichen, im Bereich der künstlichen Intelligenz größere Fortschritte zu erzielen. Nochmal zurück auf Niederösterreich oder eben eine regionale Volkswirtschaft wie Niederösterreich. Wie muss sich diese Volkswirtschaft inklusive der Unternehmen aufstellen, um diese verlängerten Krisenzeiten gut zu überstehen aus Ihrer Sicht? Sie stellen eine ganz schwierige Frage. Die Bedingungen regionalpolitischer Art in Niederösterreich sind mir viel zu wenig bekannt, als dass ich dazu Stellung beziehen könnte. Es ist sowieso für einen Eudoliberalen schwieriger zu sagen, machen Sie Regionalpolitik hier und versuchen Sie eine Firma dort anzusiedeln. Da bin ich ja schon vorsichtig, weil meistens Subventionen im Spiel sind. Aber letztlich kommt es auf die Rahmenbedingungen an, das ist das Entscheidende. Ich kann natürlich für die aktuelle deutsche Situation relativ viel sagen, was Arbeitskräftemangel und Ähnliches anbetrifft. Das ist in Österreich, wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut, durchaus anders. Es gibt in den ländlicheren Regionen, auch in manchen Bezirken Niederösterreichs, Vollbeschäftigung. In Wien ist das aber nicht der Fall. Da wird man sich schon noch fragen müssen, sollte man nicht in der Bundespolitik, was den Arbeitsmarkt anbetrifft, viel stärker noch die regionale Migration innerhalb Österreichs fördern, damit diejenigen, die in Wien arbeitslos sind, eben auch stärker an die Regionen gehen, dort wo sie gesucht werden. Also das sind schon Aspekte, die, glaube ich, eine wichtige Rolle spielen, wenn wir in eine Situation hineinlaufen, die mit der Demografie doch größere Mangelsituationen am Arbeitsmarkt hervorrufen können. Und zuletzt, Sie haben ja einen Bezug zu Niederösterreich, haben Sie mir vorher erzählt. Was verbinden Sie mit Niederösterreich oder was passiert hier, was machen Sie hier? Ich hatte voriges Jahr einen schönen Besuch im Kloster Melk. Jedes Jahr treffe ich mich mit Kollegen und darunter ist mein Freund Friedrich Schneider, der ja in Österreich sehr bekannt ist. Und dann haben wir uns in Melk getroffen, das Kloster Melk besichtigt und einerseits über Wissenschaft geredet und andererseits das Kulturelle und das Angenehme damit verbunden. Und ein Familienurlaub, Donauradweg oder so, von Passau nach Wien, sehr attraktiv. Ja, die Familienurlaube sind immer schwierig. Bis wir da zu gemeinsamen Entscheidungen kommen, ist ausgesprochen schwierig. Alles klar. Vielen Dank, Herr Feld, für das Gespräch. Ich danke Ihnen.